Hier präsentieren wir die 5 beste Tischbohrmaschine Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Bei unserem Tischbohrmaschine Test vergaben wir an dieses Modell den 5. Platz, da es viele Funktionen ermöglicht und einen für die Preisklasse erstaunlich starken Motor hat. Er ist mit 450 Watt ausgestattet und kann in 5 Geschwindigkeiten eingestellt werden, die von 520 bis 2620 Umdrehungen pro Minute rangieren. Die Höhe ist über eine Kurbel stufenlos bestimmbar, die relativ leichtgängig zu drehen ist. Übrigens ist die M1250 bis 220 dazu fähig, schief zu bohren. Hierbei dreht man den Tisch um bis zu 45 Grad, was in beide Richtungen möglich ist. Nummer 4. Bei unserem Tischbohrmaschine Test hat uns bei diesem Gerät vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis beeindruckt. Das Modell kostet nämlich nur knapp die Hälfte vergleichbarer Maschinen. Es verfügt beispielsweise über einen Laserpointer, mit dessen Hilfe man sehr genau arbeiten kann. Auch ist die Leistung mit 550 Watt sehr hoch und selbst harte Materialien wie Metall sind für die DP-16 SL kein Problem. Auch hier gibt es 5 Geschwindigkeiten zur Auswahl, die 510, 800, 1300, 1800 bzw. 2430 Umdrehungen pro Minute betragen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Dieses Modell ist bei unserem Tischbohrmaschine Test auf dem dritten Platz gelandet, weil es sehr präzise Arbeiten ermöglicht. So können damit Löcher auf den Millimeter genau gebohrt werden. Allerdings sind aufgrund des relativ schwachen Motors, der eine Leistung von 80 Watt erbringt, Bohrungen über 3 bis 4 Millimeter kaum zu bewerkstelligen, was für den geringen Preis jedoch auch völlig in Ordnung ist. Insgesamt richtet sich das Angebot überhaupt eher an Modellbauer als an diejenigen, die schweres Metall bohren möchten. Hierfür eignet es sich außerdem, weil es wirklich sehr klein und aufgrund seines geringen Gewichts von 3,8 Kilogramm leicht transportierbar ist. Nummer 2. Auch dieses Gerät hat ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie wir bei unserem Tischbohrmaschine Test fanden. Es ist eines der günstigsten der gesamten Top-Liste und hat trotzdem einen Motor, der stolze 500 Watt leistet. Seine Kraft wird über einen Keilrämen übertragen, dessen Geschwindigkeit in 9 unterschiedliche Stufen von 280 bis 2500 Umdrehungen pro Minute eingestellt werden kann. Schiefe Löcher waren bei unserem Tischbohrmaschine Test leicht anzufertigen. Hierzu dreht man den Tisch einfach um bis zu 45 Grad zur Seite. Lobenswert fanden wir zudem das Plexiglas, das den Anwender vor den Spänen schützt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bei unserem Tischbohrmaschine Test kürten wir dieses Modell zum Sieger, da es einfach alles kann, was solche Geräte können sollten. So wurde hier etwa ein Laser installiert, der genau anzeigt, wo der Bohrer ansetzt. Er wird noch von einer hellen LED unterstützt, die gerade bei wenig Licht für mehr Übersicht sorgt. Die Tiefe wird zudem digital angezeigt und ist dadurch viel genauer einzustellen. Für die Auswahl der Geschwindigkeit gibt es lediglich zwei Gänge, einer mit viel Kraft und der andere mit einer hohen Drehzahl pro Minute. Sie genügten bei unserem Tischbohrmaschine Test jedoch voll und ermöglichten eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeiten. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal!